Die DHV News vom 24. Februar 2023 Blinatsch bei Jung und Naiv UN-Drogenverträge reformieren Herzlich Willkommen bei den DHV News. Erstmal danke an alle, die mich aufgeklärt haben. Letzte Woche, wo ich gefragt habe, wie das eigentlich heißt, wenn ein Magnet an Metall drangeklonkt wird. Und ihr habt das Wort Haften in die Kommentare geworfen. Und ich denke, das passt viel besser als Kleben. Also danke dafür, Magnete, Haften an Kühlschränken. Und bei der Gelegenheit kann ich euch gleich noch ein neues Produkt in unserem Shop vorstellen. Viele von euch kennen vielleicht die Besuchertasche des Bundestages. Die sieht nämlich so aus. Wenn man im Bundestag vorbeiguckt, da ihn besucht, ja, den Reichstag, das Gebäude und so, dann bekommen wir als Besucher so eine Tasche mit dem Bundesadler drauf. Und das war natürlich für uns eine super Vorlage. So ähnlich mit dem Motiv gibt es ja auch T-Shirts, ja. Und es gibt jetzt auch eine Tasche vom Hanfverband mit dem DHV-Adler drauf. Also, wer mal eine Bundestagsbesuchertasche mit DHV-Adler haben möchte, gerne kann die finden im DHV-Shop. Link in der Videobeschreibung oder direkt auf hanfverband.de. Der DHV-Adler auf der Bundestagsbesuchertasche. Vielleicht besonders auch was für die Leute, die mir zuschauen hier, die im Bundestag arbeiten oder Abgeordnete sind. Ja, das kommt auch vor, da bin ich mir sicher. Gerade für euch wäre das bestimmt ein super Feature, mit der DHV-Adler-Tasche arbeiten zu gehen. So, bevor ich jetzt zu den Nachrichten komme, nochmal kurz ein Hinweis, ja, zu dieser Nachrichtensendung hier. Für die, die wirklich harte Nachrichten und News erwarten, ja, und immer enttäuscht sind, wenn sie hier nicht die Wahnsinns-Breaking-News erfahren. Die gibt es natürlich nicht jede Woche, ja. Ja, die verkünde ich natürlich auch gerne, sowas wie der US-Staat Connecticut hat Cannabis legalisiert und so und so viele Millionen Menschen mehr sind jetzt Teil der legalisierten Weltbevölkerung. Oder die Ampelregierung hat ihren Koalitionsvertrag verabschiedet und da steht die Legalisierung von Cannabis drin. Ja, das sind natürlich Wahnsinns-Nachrichten, die natürlich nicht jede Woche hier stattfinden, sondern es ist auch so, dass ich euch quasi mitnehme auf meine Lobby-Reise, die seit 20 Jahren wehrt, ja, mit entsprechendem Hintergrundwissen und so weiter. Auch bei den kleinen Sachen, bei den kleinen Fortschritten, bei den kleinen Nachrichten für interessierte Nerds. Ich dachte am Anfang, das ist eine Sendung für 2000 Leute vielleicht, ja, dass dann doch so viel mehr mit mir diese Geschichte der Cannabis-Legalisierung miterleben wollen. Das freut mich natürlich sehr. Aber, ja, es kommt schon mal vor, dass keine Wahnsinns-Hard-Facts hier vorkommen, sondern letztendlich viel Hintergrundwissen. Das betrifft auch mein erstes Thema sozusagen, ja, keine Wahnsinns-Neuigkeiten, war auch nicht zu erwarten, wenn Burkhard Plenert ein Interview gibt. Unser Bundesdrogenbeauftragte gibt in einem besonderen Stil-Interviews, die besonders wenig aussagekräftige Antworten mit sich bringen, sag ich mal. Er darf und kann auch vieles nicht beantworten, ja, da muss man halt auch irgendwie Verständnis für haben. Aber er ist auch ein Künstler darin, irgendwie dieselbe Frage tausendmal zu beantworten, ohne sie zu beantworten. Und das haben wir in vielen vergangenen Interviews gesehen. Das ist auch ein Grund, warum ich ihn jetzt hier konkret noch nicht eingeladen habe als Interview im DRV-Kanal. Also er hat nicht abgelehnt, ja, auch nochmal, da kann ich euch beruhigen. Ist nicht so, dass er nicht will. Ich will nicht im Moment, weil das sind halt Interviews, die euch an auch nichts bringen. Und ich dachte immer, naja, da muss mal einer ein bisschen mehr nachfragen. Und als ich dann hörte, Blinat ist bei Tino Jung, dachte ich, ja, Tino Jung wird bestimmt mal nachfragen und sich nicht mit solchen Antworten abspeisen lassen. Und das hat er tatsächlich auch gemacht. Ja, da möchte ich euch mal eine Stelle zeigen, wo er eben fragt, wer denn eigentlich dafür lobbyiert, dass bei Alkohol die Restriktionen nicht vorwärts kommen. Ja, da kann man ja vieles sich denken, was jetzt zum Beispiel Einschränkungen von Werbung für Alkohol angeht und so weiter. Das ist ja auch eine Diskussion, die Blinat auch gerne ins Feld führt, ja, und sagt, wir müssen auch an die anderen Substanzen ran, was ja auch richtig ist. Und dann passiert aber nichts, ja, und dann Tino Jung wissen will ja, warum, welche Einflüsse passieren denn da? Und davon zeige ich euch mal was. Und wer Nachrichten sehen will, es gibt diesen Teil hier, weil es sind noch ein paar Minuten und kickt gleich ins nächste Thema. Auf geht's. Wer kann denn was dagegen haben, dass das geändert wird? Dass zum Beispiel Kinder erst, oder Menschen erst ab 18 Alkohol kaufen und konsumieren dürfen? Die Frage stelle ich dann auch, wenn es darum geht, tatsächlich das auf die Tagesordnung zu bringen und wenn man politische Entscheidungen dann treffen muss, da bin ich nicht alleine für zuständig, dafür sind ganz viele andere zuständig und die muss man dann auch fragen. Aber du wirst ja wahrscheinlich Erfahrung haben in deinem Tätigkeitsfeld. Also es muss ja Lobbys geben, die sagen, nö, nö, Burkhardt, wir lassen das jetzt mal so. Veränderungen erklären sich eben häufig nicht von alleine, indem man meint, man hat eine richtige Position. Dafür muss man werben und die muss man immer wieder vertreten und deshalb muss man diese Debatten immer ganz beharrlich und konsequent eben auch führen. Aber wer führt die, dass es so bleibt, wie es ist? Erstmal muss man eine Debatte führen, dass es Veränderungsbedarf ist. Und für diese Veränderungen braucht man ein offenes Zeitfenster, wie wir es eben zum Beispiel jetzt im Bereich von Cannabis eben auch haben. Und dann kann man diese Veränderungen auch politisch umsetzen. So brauchen wir immer mehr Zeit und Debatten tatsächlich, um etwas nach vorne zu bringen. Aber wer sind deine Gegner beim Thema Alkohol? Bei der Frage nach den Gegnern, die sich solch einer Entwicklung dann entgegenstellen, werden sich manche mit Sicherheit... Ist davon auszugehen, dass die Alkohollobby auch dagegen sein wird? Würde man wahrscheinlich annehmen. Redest du mit denen? Ich rede mit vielen Leuten eigentlich auch über diese Problematik. Wann hast du zuletzt mit der Alkohollobby geredet? Ich glaube, im letzten Jahr hatten wir ein Gespräch gehabt. Was wollten die denn? Ich rede jetzt nicht über Inhalte von Gesprächen, die ich mit denen geführt habe. Aber wir sprechen dann auch über Themen wie Gesundheitsschutz, Prävention etc. Ja, also es gibt noch eine andere Stelle, wo ich mich wirklich wundere über die Antwort. Nämlich eigentlich eine ganz ähnliche Frage wieder nach den Lobbys. Wer denn jetzt eigentlich Einfluss ausübt, damit Cannabis nicht legalisiert wird? Und wieso hat alles so ewig dauert? Blinand selbst ist ja auch schon seit 2014 an dem Thema dran, als der Drogenküchersprecher der SPD-Fraktion geworden ist. Und ja, hier ist eine Antwort auf die Frage, wer jetzt Lobby gegen Legalisierung macht. Zurück zur Legalisierung. Wir waren ja gerade bei den Lobbys, die dagegen sind, wer hier die Werbung und so verbieten will. Wer ist denn gegen die Legalisierung von Cannabis? Jetzt abseits von Parteien, das wissen wir ja, wer dafür und dagegen ist. Gibt es Lobbygruppen, die gegen die Legalisierung sind? Zum Beispiel die Alkohollobby. Oder Pharma-Lobby. Da müsste man die immer fragen, wie ihr Verhältnis dazu tatsächlich ist. Ich weiß auch nicht alles in der Frage. Ich weiß, was ich mir wünsche von einem guten Gesetz, wie man das Ganze machen kann. Dafür gibt es ja auch jetzt ausgiebig Gelegenheit, eben über diese Wege auch zu diskutieren. Und manche werden sich an der Debatte eben auch beteiligen. Du kannst dir nicht denken, welche Lobbygruppen dagegen sein könnten, dass quasi eine neue Droge legal wird? Oder eine altbekannte Droge aber legal wird? Manche werden sich halt dazu selber dann auch äußern müssen, ob sie dafür sind oder dagegen. Aber die identifiziere ich jetzt nicht als Gegner oder Nicht-Gegner von einer Regulierung von Cannabis. Du bist Politiker der Mutter von Cannabis. So muss man doch denken, oder? Nein. Ja, also die werden sich dann schon irgendwie melden, diese Lobbys, die dagegen sind. Ja, aber Blinand hat sich nicht getroffen. In acht Jahren Arbeit als Drogenbeauftragter der SPD-Fraktion von 2014 bis 2017 jetzt als auch Drogenbeauftragter der Bundesregierung. Das macht er jetzt auch schon seit einem Jahr bald. Oder vielleicht hat er sein Jahr schon voll, weiß ich so genau ungefähr. Oder hat auch nicht jemand getroffen, der dagegen ist, wo man sagen könnte, das ist irgendwie eine organisierte Lobby. Das wundert mich schon. Für mich zum Beispiel die Polizei. Eine ganz klar organisierte Lobby gegen Legalisierung. All die Jahre in den Ausschussanhörungen, in Landtagen, im Bundestag. Immer waren Polizeivertreter dabei, die sich gegen Legalisierung ausgesprochen haben. Immerhin ist ihm ja dann noch die Union eingefallen als Partei, die dagegen ist. Was ja auch irgendwie sehr naheliegend ist. Aber ja, es gibt schon ein paar andere natürlich. Auch aus der Suchtberater-Szene gibt es Stimmen, die gerne die Prohibition beibehalten wollen. Da ist die Meinung gespalten, sage ich mal. In Berlin und Hamburg zum Beispiel sind die Suchthilfeverbände fast 100 Prozent für Legalisierung. Aber es gibt auch einige, die es dagegen aussprechen, von Medien zitiert werden und so weiter. Insofern sind die dann auch Lobby gegen Legalisierung. Also merkwürdige Antwort. Aber zur Ehrenrettung Blienerts interpretiere ich jetzt nochmal sehr optimistisch und wohlwollend seine Aussagen zum Thema, was er mit anderen Drogen eigentlich ist. Wo Thilo Jung ihn halt auch auf seiner Mitgliedschaft bei Lieb anspricht. Lieb Deutschland Law Enforcement Against Prohibition. Wo er immer noch Mitglied ist und die ja auch sich für Reformen bei allen Drogen einsetzen. Und dann eiert er erstmal fürchterlich rum bei der Frage wieder, wofür sich jetzt da nur einsetzt bei anderen Drogen. Und er kommt immer wieder auf den Punkt zurück. Naja, jetzt bin ich ja Beauftragte der Bundesregierung und nicht als Liebmitglied hier. Und wir wollen jetzt erstmal Cannabis machen und uns mit den anderen Sachen befassen. Aber dann sagt er irgendwann doch ja nochmal was in die Richtung, dass man auch bei den anderen Themen schon da mal drüber nachdenken sollte. Und dass das nicht blöd ist, da auch über andere Wege nachzudenken. So ungefähr, ja, zeige ich euch mal noch ein paar Ausschnitte. Die Frage, wie wir mit Drogen in unserer Gesellschaft eben auch umgehen, ist eine ganz wichtige Frage und ganz notwendige Frage, die man letztendlich eben auch stellen muss. Ich kenne die Problematik, was zum Beispiel Kokain in vielen lateinamerikanischen Ländern anrichtet auch. Destabilisierung von Staaten und andere Prozesse, die damit einhergehen. Das ist nicht gut für die Menschen und für das soziale Gefüge, zum Beispiel in Kolumbien. Deshalb muss man sich dieser Frage letztendlich auch stellen. Meine grundsätzliche Position, das, was mich antreibt tatsächlich, ist beschrieben, auch in dem Papier, was du jetzt gerade auch zitiert hast. Ich glaube, es ist wichtig und richtig, die Menschenrechtsfrage und die Frage von Drogen aufzurufen. Das ist eine internationale Frage, die notwendig ist, die man stellen muss. Drogenpolitik, die internationale Drogenpolitik drückt sich da letztendlich eben auch aus. Ja, beachtet bitte insbesondere die letzte Aussage zum Thema internationale Drogenpolitik. Das hört nämlich nochmal spannend gleich, da kommen wir nochmal zu. Da können wir ihn sofort beim Wort nehmen, dass internationale Drogenpolitik auch mehr ist als Cannabis und dass da Bewegung reingehört. Aber erstmal kommen wir noch zu einem anderen Thema, das auch das Gesundheitsministerium betrifft, in dem Blinat ja arbeitet. Nämlich der Fail der LSD-Derivate. Das ging durch die Medien jetzt, hat es da ein bisschen Spiegel geschafft. Dass es wohl ein kleines Fehlerchen gab, redaktionell, beim Verbot des letzten LSD-Derivats. Ihr kennt das Spiel, ja, Katze und Maus. Die Drogendesigner erfinden immer mal wieder neue kleine Veränderungen an den Substanzen, die dann wirken, wie die Originalsubstanz. Oder sich im Körper zu diesen Originalsubstanzen umwandeln zum Beispiel. Ja, und die dann aber legal sind, weil sie nicht verboten sind, so ungefähr. Und der Gesetzgeber hechtet hinterher mit der Verbieterei. Auch über das neue psychoaktive Substanzengesetz jetzt doch schon seit einigen Jahren, um das Katz-und-Maus-Spiel ein bisschen Richtung Staat zu verbessern. Weil dann ganze Stoffgruppen verboten werden und nicht mehr nur einzelne Substanzen. Trotzdem werden dann halt neue Stoffgruppen erfunden oder kreiert, die dann genauso wirken. Und dann geht das ganze Spiel dann weiter. Und bei der Geschichte ist beim letzten Mal wohl ein Fehler unterlaufen. Und dadurch, dass ein Bindestrich verwendet wurde, statt ein Komma, sagen jetzt einige Rechtsexperten, dass dadurch genau das Gegenteil erreicht wurde. Und dieses zuletzt zu verbieten LSD-Derivat nicht verboten, sondern explizit erlaubt wurde. Und einige andere, die ja vorverboten wurden, auch wieder erlaubt wurden. Und das Ganze ein riesiger Fail ist und jetzt keiner mehr verurteilt werden kann deswegen. Bis eben eine Änderung von dem Bindestrich ins Komma wieder zurück erledigt ist sozusagen. Ich finde das ja eher eine interessante Anekdote. Das finde ich jetzt drogenpolitisch nicht so wahnsinnig relevant, weil sowieso schon das nächste LSD-Derivat auf dem Markt ist, nachdem das eine verboten war. Das ist eine Sache, die immer weitergeht. Ich war mal hier in so einem Laden in Berlin, da gibt es ja richtig Läden auch, dieses Verkaufen kriegt man nicht nur im Internet. Und habe denen gesagt, ja, eure Variante ist jetzt bald verboten. Das ist am Freitag im Bundesrat, da wird zuletzt beschlossen, Anlage des NPSG-Gesetzes da. Und dann ist hier, was war das, 1V LSD in dem Moment, glaube ich, war legal. Und dann sagt, das ist jetzt am Wochenende verboten. Können wir dann aufhören mit Verkaufen demnächst. Ob sie was davon wissen. Aber sie sagt, ja, nee, egal. Aber dann kriegen wir rucki zucki in jedes Formel und dann geht es halt weiter. Das ist dann wieder legal. Und so war es dann auch, eine Woche später, war dann 1D LSD im Laden. Und hier bei diesem ganzen Verfahren, ob das jetzt richtig verboten ist oder nicht, war es halt 1V LSD. Oder es kann nicht sein, dass 1V LSD wieder legal verkauft werden kann. Was aber einigermaßen wurscht ist, weil sowieso gerade alle 1D LSD verkaufen. Also das ist sowieso dann alles Quatsch. Da könnte man genauso gut sagen, ja, lass mal LSD sowieso legalisieren und lieber in Fachgeschäften verkaufen. Und lieber mal gucken, wie man das präventiv irgendwie sinnvoller regeln kann als den Markt, den wir jetzt haben. Mich erinnert das Ganze aber auch, sind wir wieder bei einem anekdotischen Einordnen in historische Zusammenhänge an das Verbot von Psilocybin-Pilzen. Ja, kleine Anekdote aus der Vergangenheit Nullerjahre. Da hat der Gesetzgeber versucht, diese Pilze zu verbieten und hat gesagt, ja, Pflanzen, die Psilocybin enthalten, sollen verboten sein. Und dann haben aber findige Biologen gesagt, da, Moment mal, aber Pilze sind ja gar keine Pflanzen. Und ja, da haben die Gerichte gesagt, ja, das kann der Gesetzgeber gemeint haben, was er will. Ja, das ist ein eindeutig biologischer Begriff, der klar definiert ist. Und Pilze sind keine Pflanzen. Na, der Gesetzgeber hat verloren. Und dann haben sie gesagt, ja, okay, dann machen wir das anders. Dann nennen wir das jetzt Pflanzen und alles Mögliche und Myzelien, die Psilocybin enthalten, sind verboten. Und dann hieß es aber, Moment mal, Psilocybin ist aber ja gar nicht in den Myzelien der Pilze, sondern im Fruchtkörper. Und da war das dann wieder egal. Und beim letzten Versuch haben sie es dann geschafft und haben da reingeschrieben, Organismen, die Psilocybin enthalten. Und seitdem dürfen diese Pilze halt tatsächlich nicht mehr verkauft werden in Deutschland. Und dann zeigt eben diese ganze irrsinnige Juristen-Hinterherrennerei hinter einem Markt, den sie nicht in den Griff bekommen, wenn sie ihn nicht regulieren, sondern nur verbieten wollen. Ja, mal gucken, wie das mit dem LSD jetzt weitergeht. Aber wie gesagt, ja, wer irgendwas haben will in die Richtung, der kriegt dann halt auf jeden Fall was. Egal, ob jetzt 1V oder 1D oder 1CP, LSD, was von früher mal egal war, jetzt auch wieder legal sein soll. Ja, Riesenverwirrung. Egal, wer sich berauschen will, kriegt das geregelt. Zurück zur Politik, politischen Veränderungen, wie auch immer, Niederlande. Auch ein Beispiel dafür, wie alles fürchterlich langsam vorwärts geht. Jetzt ist angekündigt, dass das Modellprojekt losgehen soll in einigen Städten, speziell in Tilburg und Breda. Ja, das wird immerhin langsam konkreter, wo für die Coffeeshops legal angebaut werden soll. Ja, da müssen wir mal wieder darauf hinweisen. Cannabis ist nicht legal in Niederlanden. Nur der Verkauf an Endkonsumenten in Coffeeshops wird geduldet. Aber woher das Cannabis kommt in die Coffeeshops, ist vollkommen unreguliert. Schwarzmarkt, kriminelle Strukturen und so weiter, wie bei uns genau dasselbe. Und jetzt wollen die Städte halt das ändern und sagen, okay, auch die Produktion soll legal sein und dafür machen wir ein Modellprojekt. Und der Beschluss dafür ist 2019 gefällt worden, dass so ein Modellprojekt starten soll. Ja, das ist jetzt drei Jahre her, ne, bald vier Jahre her. Und jetzt sollte im Herbst losgehen. Also selbst so ein blödes Modellprojekt in ein paar Städten, wo die Coffeeshops einfach nur legal vor Ort angebautes Gras kriegen sollen, dauert ewig und ewig. Und mal sehen, ob das jetzt die letzte Verlängerung war, der Frist sozusagen oder die Ankündigung noch weiter weggeschoben wird. Aber irgendwann würde es dann auch doch mal passieren. So ähnlich wie in der Schweiz, ja, da ist es ja jetzt auch losgegangen mit der Abgabe. Und mit ein bisschen Glück klappt das diesmal im Herbst mit der ersten legalen Produktion für die Coffeeshops in den Niederlanden. Mein Thema, das Wichtigste eigentlich für heute, auch wenn ich am Anfang gesagt habe, hier ist gar kein richtiges Thema, nur was für Nerds. Ja, hier ist das Thema für die Nerds. Kolumbien und Bolivien wollen einen neuen Anbau machen, äh, Anbau, äh, neuen Anlauf machen, um Coca-Blätter bei den internationalen Drogenverträgen rauszukriegen. Ja, da gibt es ja bei diesen internationalen Verträgen eine Liste von Substanzen, die eben verboten sind, die bei allen unterschriebenen Unterschreiberländern dieser Konventionen nicht gehandelt werden dürfen. Und dazu gehören auch Coca-Blätter, aus denen Kokain hergestellt werden kann. Entsprechend wird in Südamerika auch jede Menge Coca angebaut, um Kokain zu machen, aber auch für traditionelle Anwendungen. Das ist so ähnlich wie beim Hanf in vielen Ländern der Welt seit Jahrtausenden, ja, von den indigenen, äh, von indigenen Bevölkerungen angewendet für diverse Dinge. Ja, sind wohl auch wertvolle Spurenelemente drin, so ernährungsmäßig interessant, aber auch eben die leichte, ähm, Wirkung dieser, dieser Kokainalkaloide oder wie die Dinger heißen, ja, chemisch, die da drin sind in Blättern, ja, sind natürlich Spuren von, von diesem Workshop drin, der zum Beispiel gegen die Höhenkrankheit hilft, ja, und da sind halt die Anden und das ist ziemlich hoch und da kann man ziemlich schwindeln, sag ich mal, wenn man da schwere Arbeit machen muss und die Coca-Blätter helfen dabei, na, also uralte Angelegenheit da. Und Bolivien hat deswegen auch schon mal über den Antrag gestellt, dass die Coca-Blätter herausgenommen werden sollen aus den internationalen Verträgen. Ich habe es hier in den News vielfach zitiert als den Königsweg, ähm, eine verbotene Droge, die man legalisieren will, zu legalisieren, ohne mit den internationalen Verträgen in Konflikt zu kommen. Das hat Bolivien gemacht, Antrag gestellt, Coca-Blätter rauszunehmen, ist abgelehnt worden und hat dann, ist dann ausgetreten aus den internationalen Verträgen und wieder eingetreten mit dem, ähm, Hinweis, es gilt nicht für Coca-Blätter. Das kann man nämlich machen beim Beitreten, da man eine Ausnahme definiert und sagt, ich akzeptiere das alles, was da drin steht, bis auf diese eine Substanz, die will ich bei mir nicht verbieten. Und so ist das möglich und so hat Bolivien das gemacht. Und dieser erste Versuch eben zu beantragen, dass die Coca-Blätter rausgenommen werden aus den internationalen Verträgen, das ist ja abgelehnt worden, ja, deswegen mussten sie ja diesen Austritt, Wiedereintritt, Move machen. Noch schöner wäre natürlich gewesen, wenn die Weltgemeinschaft einfach gesagt hätte, ja, okay, komm, Coca-Blätter müssen wir nicht verbieten, ja, das ist ja auch überhaupt kein Problem, wir kennen überhaupt keine Coca-Blatt-Probleme und Coca-Blatt-Abhängige und Tote und so was, ja, gibt es ja alles gar nicht, also gut, lassen wir das. Und jetzt ist natürlich für die deutsche Bundesregierung die Frage, warum nicht den Königsweg gehen? Bis jetzt ist immer nur davon gesprochen worden, diese Austrittsnummer, ja, die dann noch nicht, bis jetzt noch nicht stattgefunden hat, ja, die sind noch nicht ausgetreten aus den internationalen Verträgen, zögern da, wollen scheinbar die Weltgemeinschaft nicht vor den Kopf stoßen, was weiß ich, aber dann sollen sie doch mal einen Antrag stellen, Cannabis aus den Anlagen rauszunehmen, ja, selbst wenn das nicht der Erfolg versprechend ist, vielleicht im ersten Anlauf, dann gibt es halt den nächsten Anlauf, ja, irgendwann muss man ja mal anfangen. Ja, und Bolivien und Kolumbien machen jetzt eben den nächsten Anlauf, diese ganze Systematik infrage zu stellen. Und beim letzten Mal hat Deutschland übrigens dagegen gestimmt, Coca-Blätter aus den internationalen Verträgen rauszunehmen, hat im Prinzip also diese Länder gezwungen, theoretisch zwingen wollen, weiterhin ihre traditionelle Substanz zu verfolgen und zu verbieten. Und nur durch das Eintritt-Austritt-Ding haben die Bolivianer dann das im Prinzip regeln können. Und jetzt bin ich gespannt, ob Deutschland diesem Antrag zustimmt, ja. Das ist sozusagen ein Lackmustest für den großen Paradigmenwechsel der deutschen Drogenpolitik. Lassen die Kolumbien und Bolivien ihre Coca-Blätter? Ja, und warum machen sie nicht gleichzeitig den Antrag, Cannabis zu entnehmen aus den internationalen Verträgen? Warum nicht jetzt? Der Zeitpunkt ist genial. Andere haben den ersten Aufschlag gemacht und es wäre an der Zeit, Cannabis zu beantragen, rauszunehmen aus den internationalen Verträgen. Hiermit appelliere ich an die Bundesregierung, an die ganzen Bundestagsabgeordneten, Mitarbeiter, die mit den Adlertaschen im Bundestag rumlaufen, ja, ähm, macht das doch mal. Beantragt, dass Cannabis aus den internationalen Verträgen rausgenommen wird und solidarisiert euch mit Bolivien und Kolumbien in Sachen Coca-Blätter. So, was haben wir noch? Kurzmeldungen, eine ganze Menge. Es gibt vielleicht ein bisschen Bewegung in der Diskussion um die THC-Grenzwerte im Straßenverkehr. Naja, es gab ja immer so zwei Linien, Argumentationslinien von Ausrichtung Minister Wissing, warum jetzt gerade nichts gemacht werden soll an diesem viel zu niedrigen THC-Grenzwert, der lauter nüchterne Fahrer bestraft. Die Gerichte sind dafür zuständig, behauptet er einfach mal so, wirft er mal so in den Raum, obwohl das völliger Unsinn ist, obwohl das einfach so im Gesetz ändern könnte. Und zweitens kam immer mal wieder das Argument, naja, es muss ja erstmal legalisiert werden, vielleicht, ja, weil nur erst dann kann man das ja so machen wie mit Alkohol und es ist dann nicht mehr so wie bei den anderen illegalen Drogen, die halt im Bauschundbogen da quasi auch über die Fahrerlaubnisverordnung verdammt werden, also haben null Toleranz im Straßenverkehr und so. Und diese Frage ist jetzt dem FDP-Generalsekretär Joe Sarai gestellt worden und er hat dazu Folgendes gesagt. Diese Verkehrsfrage kann natürlich nicht beantwortet werden, bevor die erste Frage, die Sie gestellt haben, diese zentrale Frage beantwortet wird, wann wird Cannabis legalisiert? Und in dem Moment, wo Cannabis legalisiert ist, dann wird natürlich auch diese Frage verändert werden. Denn Expertinnen und Experten sagen ja auch schon, haben schon deutliche Positionen dazu. Das ist aber erst der zweite Schritt. Das andere ist die Legalisierung. Das muss kommen. Wir haben ja auch, wenn ich mich erinnere, mit Herrn Lauterbach, das letzte Gespräch war ja eine Perspektive für dieses Jahr auch von seiner Seite angezeigt worden. Ich gehe davon aus, dass diese Antwort abgesprochen ist mit dem Team Wissing, sage ich mal. Und er hat eben nichts davon gesagt, dass die Gerichte zuständig sind und hat die Verantwortung nicht von sich geschoben, sondern im Prinzip auch den Änderungsbedarf, den auch wissenschaftliche Community angemeldet hat, wahrgenommen. Ja, das ist eine fundierte Antwort. Da hat keine, weiß ich nicht, keine Ahnung, Antwort, sondern er beruft sich auf die Fachleute Verkehrsgerichtstag, nehme ich an ganz konkret, der gesagt hat, lieber Gesetzgeber, du musst den Grenzwert hochsetzen. Und er nimmt jetzt nur noch diese eine Argumentationsschiene und sagt, naja, wenn das legalisiert wird, dann muss natürlich auch was bei den Grenzwerten passieren. Und ich habe den Eindruck, dass das letztendlich die Kompromisslinie sein wird, dass Wissing mittlerweile soweit ist und bearbeitet wurde von der eigenen Partei, von den anderen Koalitionspartnern, dass er was machen muss in dem Zusammenhang, dass er sich nicht einfach forever da irgendwie verstecken kann vor dem Thema. Aber jetzt eben die Ansage ist, okay, naja, wir machen das zusammen mit der Legalisierung oder danach. Ja, das geht aus diesem Statement hier nicht hervor, was ich euch gerade gezeigt habe, ob das jetzt dann nach der Legalisierung passieren soll oder gleichzeitig mit einem Aufwasch. Auf jeden Fall nicht vorher. Das ist natürlich auch ein entscheidender Punkt. Und bei dem ganzen Plan B über Legerei, die wir jetzt gerade haben, von wegen, naja, gut, Legalisierung steht in Sternen, vielleicht killt die EU das Ganze, ja, und lasst uns möglichst schnell entkriminalisieren und dann können wir in Ruhe über den Rest diskutieren. Gut und schön, ja, das ist natürlich fein, wenn man eine Entkriminalisierung erstmal hat und vielleicht sogar anbauen darf. Aber wenn die Führerscheinfrage nicht geregelt ist, bringt das vielen eben auch nichts, ja, wenn sie dann einen Führerschein verlieren und ohne Job dastehen oder so, weil halt die Grenzwerte immer noch so unsäglich, unsinnig sind. Und das passiert dann eben nicht, wenn nur entkriminalisiert wird. Die Aussage hier war, wenn legalisiert ist, dann machen wir Grenzwert. Umgekehrt, wenn nicht legalisiert wird, dann eben nicht. Also das ist nach wie vor eine Gefahr, letztendlich, wenn die vollständige Legalisierung scheitert, dass dann auch beim Führerschein nichts passiert. Jedenfalls nach diesem Statement. Kurzer Hinweis auf Thailand. Da wurde jetzt das Gesetz für die Regulierung von Cannabis nicht mehr fertiggestellt in der aktuellen Plenarsitzung, sondern wird jetzt wohl erst nach der Wahl neu aufgestellt. Im Moment ist in Thailand Wild West. Ist nicht wirklich verboten, Cannabis. Das wird an jeder Ecke verkauft. Auch als Genussmittel genutzt, ja, von Touristen und Einheimischen. Aber die Regierung sagt weiterhin, das soll nur eine Legalisierung als Medizin sein, nicht als Genussmittel. Ja, das ist so nicht gedacht. Auch wenn nirgendwo konkret steht, dass Cannabis verboten wäre als Genussmittel. Aber so richtig erlaubt haben würde die Regierung auch nicht. Und das ist in so einem Staat wie Thailand, wo doch relativ willkürlich vorgegangen wird gegen bestimmte Dinge und Menschen, schwierig natürlich. Deswegen haben wir Thailand noch nicht auf der Liste der legalisierten Länder, weil es halt keine vernünftige Regulierung gibt. Und ob die kommt oder nicht, steht in Sternen, weil auch massiver Widerstand sich zeigt von Oppositionsparteien, aber auch teilweise von Regierungsparteien, die sagen, das ist alles viel zu lasch hier. Wir müssen da mit der Kifferei zurückdrängen und das soll wirklich nur für Medizin sein und da müssen wir gesetzlich regeln. Jetzt aber eben erst nach der Wahl im Mai und dann wird die Wahl selbst auch darüber mitentscheiden, wie die Kräse da weitergeht in Thailand, ob sich die Legalisierung da wirklich etablieren kann. Ich nehme an, die ablaufende Zeit, die da gerade stattfindet, wird für die aktuelle Situation sprechen. Ja, Leute werden sich daran gewöhnen. Das wird immer mehr sich festsetzen und immer schwieriger zurückzudrehen sein. Trotzdem, klar ist die Sache noch nicht und wir werden wahrscheinlich auch vor Ende Mai nicht viel mehr wissen. Noch ein bisschen auf Twitter geguckt. Es gibt einen erstaunlichen Tweet von Klaus Hodecek, dem Gesundheitsminister von Bayern, der seit Wochen wie verrückt den Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach anschießt, wegen aller möglichen Themen, aber besonders auch wegen Cannabis. Ja, Hodecek dreht total am Rad und ist andauernd wie ein Irrer am Schimpfen über Cannabis-Legalisierung mit den unsinnigsten Argumenten und wirklich persönlicher Anfeindungen gegenüber Lauterbach. Und jetzt twittert Klaus Hodecek, Einhalb mit Karl Lauterbach, Rotwein vom Bodensee zu seinem runden Geburtstag nächste Woche und konstruktiver Dialog. Die beiden haben sich vertragen ein bisschen, ja, die reden miteinander über inhaltliche Dinge. Bei Einhalb, ja, das ist so eine Art Trinkercode, ja, für die 420-Community, die das nicht kennt. Einhalb und ein Viertel, das steht für die Menge an Wein in Litern, die die beiden sich da in den Kopf getan haben. Also ein Geheimcode irgendwie da im Südwesten. Und ja, die beiden hatten, ja, so, erinnert sich ja an Friedenspfeife, ja, die haben Friedensrotwein miteinander getrunken, die beiden obersten Gesundheitsschützer für die deutsche Bevölkerung, die die ganze Zeit vor den fürchterlichen Gefahren von Cannabis waren. Ja, und gleichzeitig haben wir dann eben so einen Gesundheitsminister in Bayern, der sich überhaupt nichts dabei denkt, eine fröhliche Sauferei mit einem Bundesgesundheitsminister irgendwie positiv darzustellen. Und ein Bundesgesundheitsminister, der vor ein paar Monaten gesagt hat, das ist gar nicht so lange her, dass regelmäßiger Alkoholkonsum in Maßen gesund ist, ja, so ein, zwei Gläser Wein am Tag, das wäre eine gute Sache. Obwohl das wissenschaftlich vollkommen unhaltbar ist mittlerweile, ja. Jeder Alkoholkonsum ist nicht gesund, ja, das ist vollkommen klar, ja. Aber trotzdem hat Lauterbach das rausgehauen. Also, das sind Alkoholfreaks da im Prinzip, die das Ganze für uns verantworten. Und auch das ist eine Erklärung mit dafür, warum das bei Cannabis so langsam vorwärts geht. Vielleicht soll ich die mal zu einer Friedenspfeife einladen, stattdessen die beiden. Söder, im Zusammenhang mit Karneval jetzt, ne. Da waren ja jetzt die Aschermittwochsveranstaltungen wieder, wo sie alle fürchterlich gegen die anderen herziehen und so weiter. Und Söder hat mal wieder den Knaller gebracht und sagt, wie absurd ist es, ewig an der Maske festzuhalten, aber Drogen auf der Straße einzuführen. Ich will für Bayern keine Drogen auf der Straße und keinen Zugang für die Kinder. Wir sagen nein zu Drogen. Also, an Dummheit kaum zu überbieten. So ein Spruch irgendwie, Rot-Grün will Drogen auf die Straße bringen, obwohl die jetzt endlich mal eine Regulierung einführen wollen für Cannabis, um Drogen von der Straße zu kriegen, wo sie ja jetzt sind. Das gibt ja überhaupt keinen regulierten Verkauf für 400 Tonnen Cannabis, die die Deutschen pro Jahr verbrauchen. Das wird halt irgendwo vertickt, ja, aber nicht irgendwie reguliert. Viel auf der Straße, auch in Bayern, ja. Und die sagen, die Ampel will Drogen auf die Straße bringen. Also, das ist einfach so absurd irgendwie. Aber es macht dann eben auch Spaß, auf Twitter sich die Reaktionen anzugucken. Meine eigene Antwort habe ich erst einen Tag später, viel zu spät eigentlich gebracht für Internetzeiten. Ja, aber es hat jetzt doppelt so viele Likes wie der ursprüngliche Tweet. Und das ist natürlich dann auch eine Sache, die ankommt, wo jeder Klick dann zählt sozusagen bei denen, die da mit aktiv sind. Und auch die ganzen anderen Antworten machen Spaß zu lesen. Ja, man kann eine Stunde lang, glaube ich, die ganzen Kommentare unter diesem Tweet der CSU durchlesen, die alle kritisch sind gegenüber dieser Aussage und die auf das ganze Alkoholgefeiere irgendwie in Bayern hinweisen. Das größte Säuferfest der Welt, Oktoberfest und so weiter. Und ich habe keinen einzigen positiven Kommentar gefunden zu diesem CSU-Tweet. Und die hauen die alle nur in die Pfanne. Und ja, das ist eine stabile Reaktion, würde ich mal sagen. Ja, von daher, wenn ihr nicht viel Zeit habt und nicht viel machen könnt, aber trotzdem vielleicht mal Twitter anmelden, wenn ihr das bis jetzt nicht gemacht habt und guckt mal, was die Szene so wo postet und so. Allein schon Kommentare liken kann einen Unterschied machen. So, und wo wir gerade dabei sind bei den Aktivisten, der letzte Punkt meiner Kurzmeldungen, nochmal Karneval. Es gab ein paar Typen im Südwesten irgendwo. Ich habe vergessen, wo genau irgendwie kleine Städte, deren, also ja, nicht gerade Karnevalshochburgen und Riesenstädte, sondern eher so ein bisschen ländliche Gegend. Die waren auch in verschiedenen Städten unterwegs. Mit einem besonderen für Karnevalswagen. Mit dem Liegeleist-Thema, ja, und das ist natürlich eine Sache, die auch wirklich Mut braucht, sage ich mal, gerade weil das eben nicht in der großen Stadt war, sondern da auf dem platten Land, wo dann auch die Nachbarn anfangen zu tuscheln und sagen, ey, ist das nicht der Dings auf dem Wagen da? Und wow, da ist auch der Bums aus, ähm, hinter Waldbachtal. Ja, da ist der doch, ne, und so weiter. Na, da muss man schon irgendwie Mut haben, sich da so zu zeigen irgendwie. Und, ähm, eben diesen Leuten, die da mit großen Augen stehen und sagen, wie jetzt unser Karneval und Kifferei? Mein Gott, Cannabis normal. Ja, das ist dann auch ein super Effekt, auch wenn vielleicht nicht 100.000 Leute diesen Zug sehen, sondern nur 100, aber, oder 1.000, ja, oder so. Aber das sind dann eben genau die Leute, die wir normalerweise nicht erreichen mit unseren Kanälen. Ähm, und auch nicht, wenn wir irgendwo in einer großen Zeitung stehen. Die erreichen eben Aktivisten, wie die Kollegas hier, äh, die übrigens mit DHV-Flyern dann gleichzeitig noch die Leute versorgt haben, die den Wagen gesehen haben. Ähm, ja, Liegeleiß-Kamele sozusagen. Wunderbar. Und gute Überleitung zu den Terminen, wo sich wiederum Aktivisten, insbesondere aus DHV-Ortsgruppen, treffen. Nämlich am Freitag, 24. Äh, 19 Uhr könnte wahrscheinlich mal wieder knapp werden mit dem Release. Hier, Würzburg-Ortsgruppe. Dann Gotha, Sonntag, 26. In Halle trifft sich die Ortsgruppe Mittwoch, 1. März. Und auch in Oldenburg. Nochmal Oldenburg gibt es eine Mahnwache der Ortsgruppe am Montag, 6. März. Außerdem trifft sich die Ortsgruppe Marktburg, Montag, 6. März. Und die in Heidelberg mit einer hybriden Sitzung Rhein-Neckar. Hamburg trifft sich am Donnerstag, 9. März. Und München online auch Donnerstag, 9. März. Und das war's für heute. Wenn ihr eine historische Reise durch die Cannabis-Legalisierung mögt, liked dieses Video, abonniert den Kanal, drückt die Glocke. Und wir sehen uns dann wieder nächste Woche. Ich wünsche euch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend. Ich wünsche euch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend. Und wir sehen uns dann wieder ichi. Untertitelung des ZDF, 2020